So meine lieben Leute, wenn ihr eure Domain nach dem 22. Juni registriert habt und eine Map gebaut habt, mit dem Visual Composer und den Ultimate Add-ons, habt ihr vielleicht diesen Fehler, der euch hier entgegenspringt. Und wenn ich zum Beispiel mal in Chrome auf Untersuchen gehe, rechtsklick auf die Seite, einfach Untersuchen, das geht auch im Safari, wenn man zum Beispiel die Entwickler-Tools aktiviert, im Firefox geht das auch, und dann kann ich immer auf Konsole gehen und hier werden mir Fehler der Seite angezeigt. Und hier habe ich zum Beispiel Google Maps API Error, also ein Missing Key Map Error. Ich kann also meine Seite nicht anzeigen lassen, weil der Link, also das Interface, die Schnittstelle zu Google gestört ist, weil ich keinen gültigen Key habe. Das ist gültig für alle Domains, wie gesagt, die später registriert wurden. Und ich zeige euch auch direkt, wo ihr diesen Key eingehen könnt. Und zwar zum Beispiel hier, wenn ihr Ultimate Add-ons benutzt, dann habt ihr eine Google Maps Option. Dafür müsst ihr die Ultimate Add-ons, die Ultimate Add-ons müsst ihr dafür erstmal updaten, also auf den neuesten Stand bringen und dann funktioniert es. Ihr braucht also diese Version hier 3.16.6. Die muss gerade erst rausgekommen sein, weil letzte Woche musste ich das Ganze noch manuell lösen und dann musste ich das reinprogrammieren in das Plugin. Inzwischen kann ich hier auf API Key gehen. Und der Vorteil, wenn ich hier dieses Get API Key benutze, ist, dass dann die richtigen APIs freigeschaltet werden. Was ich jetzt aber auch machen könnte, ist, dass ich mich mit einem Google-Konto anmelde, wie zum Beispiel meinem Demo-Konto hier, yourplugin.gmail.com. Ich gebe hier ein Google Maps API, gebe ich einfach bei Google ein und gehe dann hier auf das erste Ergebnis, Google Maps API, dann gehe ich hier auf erste Schritte. Das ist immer ein bisschen unübersichtlich. Ich möchte zum Beispiel auf jeden Fall die Google Places JavaScript API, hört sich irgendwie falsch an. Google Maps Embed API ist richtig, hört sich schon besser an. Ich schalte standardmäßig immer die Google Maps Embed API frei und die JavaScript API. Das machen wir aber gleich. Ich gehe erst auf Schlüssel anfordern. Diesen Button hier, da muss ich mal einen Brief an Google schreiben, dass die den rot machen, weil den suche ich immer, 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 immer wieder. Ich muss dann hier auf weiter gehen und muss ein Projekt anlegen. Ihr habt richtig gehört. Man braucht ein gesamtes Projekt. Dafür gehe ich hier auf weiter und dann erstellt er jetzt ein Projekt. Man braucht ein gesamtes Projekt, mit dem man eine Domain verwaltet und diese Domain müssen wir auch gleich hier hinzufügen, damit wir Google im Grunde genommen sagen, ja, das ist unsere Domain. Schalt bitte einen Zugang frei, dass nur eine bestimmte Anzahl an Zugriffen gewährt wird, sage ich mal, auf die Google Maps API und dass das Ganze, sage ich mal, kein Spam ist für Google. Deswegen braucht man das. Deswegen ist das so. So, jetzt habe ich genug erzählt und jetzt ist das Ganze auch fertig. Ich nenne diesen Browserschlüssel hier nie um, aber was ich mache und das muss richtig sein, sonst kriegt ihr Fehler, dass ich alle Subdomains, also hier ein Sternchen eingebe und wenn ich jetzt mal zurückdrücke, dann seht ihr ja schon diese Syntax hier auch. Das muss dieser Syntax entsprechen. Sternchen für alle Subdomains.webinar-finder.de Das ist die richtige Syntax. Wenn ich hier auf Erstellen klicke, dann kann eigentlich nichts schief gehen, außer dass hier die Usability bei Google sowas von schlimm ist, denn niemand sieht, dass man nochmal auf Erstellen klicken muss. Ja, ist richtig schlimm. Ist richtig schlimm. Hier drüber ein Tutorial zu machen hat nicht so viel Spaß gemacht. Ich kopiere mir den hier in die Zwischenablage. Kopieren. Okay. Also hat nicht Spaß gemacht, weil ich es schon zum zweiten Mal aufnehme, weil es immer wieder irgendwie schief geht. So, ich gehe dann rüber hier zu mir. Ich mache das mal kleiner und möchte diesen Key hier reinkopieren. Der muss hier komplett drinstehen und gehe dann auf Save Changes. So. Weil ich nicht über diesen Mucki hier gegangen bin, es kann aber auch sein, dass das nicht so richtig funktioniert, wenn man darüber geht, aber wenn man über den hier geht, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass schon die richtigen APIs freigeschaltet sind. In diesem Moment hier geht es aber immer noch nicht und wenn ich hier auf Untersuchen gehe, dann sehe ich, alles klar, immer noch Google Maps API Error. Ich kann sogar gucken, was das bedeutet, indem ich den Link benutze. Alles klar. Die Maps API ist noch nicht aktiviert. Ich gehe also wieder hier rein und gehe auf Bibliothek. Und hier sehe ich alle APIs, die es so gibt. Also ich kann hier mal Maps eingeben, um zu sortieren und sehe dann hier diese APIs. Allerdings finde ich es ganz gut, wenn ich das hier wegnehme und dann hier zum Beispiel unter Google Maps APIs auf Mehr gehe, dann wähle ich mir einmal hier diese Maps. Eigentlich muss die JavaScript API erreichen, muss ich sagen. Da hier da oben diese. Die Embed brauche ich, glaube ich, auch nicht. Probieren wir es mal nur mit JavaScript aus. Gehen hier oben auf Aktivieren. Ich kann dann im Dashboard sehen, was es hier für Fehler gab, was es für Latenzen gibt, was es für Traffic gibt, also für Zeitüberschreitungen. So, dann kann ich hier mal zurückgehen auf meine Seite und google cache das Ganze so ein bisschen. Also es dauert immer manchmal so ein paar Minuten, bis das Ganze funktioniert. Ähm, ja, oder ein paar Sekunden. Also ich war jetzt nicht schnell genug, aber es scheint schon zu funktionieren, ne? Also ich habe jetzt keinen Fehler. Auch wenn ich hier auf Untersuchungen gehe, alles okay. Und das war eigentlich auch schon alles. Dauert nur ein paar Minuten, dann hat man das Ganze eingestellt. Wenn es bei euch nicht funktioniert, kommentiert gerne unter das Video. Ich habe übrigens jetzt immer Live-Events auf Facebook unter facebook.com slash Malte Helmholt. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr meinen Kanal hier abonniert. Hier mache ich jetzt auch immer Live-Events unter meinem Kanal. Ähm, und hier unter Malte Helmholt, hier findet ihr jetzt immer Live-Events, wo ich live SEO-Tipps gebe oder über eure Seite drüber gucke, über andere Seiten drüber gucke und einfach mal so Updates gebe zum Thema WordPress und so. Ähm, ich hoffe, wir sehen uns dort oder hier auf YouTube wieder. Bis dann, euer Malte und schönes Wochenende.